Das Tangem Update für A0 ist nun da. Nun kannst du deine A0 Coins auf der Tangem Hardware Card lagern und auch sichern. Genau wie beim Ledger ist es nun möglich mit einem Hardware Wallet A0 zu sichern. Und Tangem für mich nach wie vor die einfachste und sehr bequeme Lösung seine Kryptowährungen auf einem Hardware Wallet zu lagern. Willkommen bei der Krypto Eule. Für A0 war es lange Zeit nicht möglich das Ganze mit einem Hardware Wallet zu sichern. Es hat auch bei Tangem komischerweise etwas gedauert. Eigentlich hieß es nachdem diese Vorbestellaktion die über LF0 mit ihrem eigenen Code lief nachdem die abgeschlossen wurde hieß es innerhalb der nächsten Woche kommt das LF0 Update. Komischerweise hat es nur etwas gedauert. Warum habe ich keine Antwort leider von Tangem drauf bekommen. Aber so ist es nun. Nun können wir unsere A0 Coins die wir hier als Münzenform haben endlich lagern auf unserem Tangem Hardware Wallet. Tangem Hardware Wallet habe ich euch in mehreren Videos bereits erklärt wie einfach und simpel es ist mit diesem Hardware Wallet was einfach nur eine Karte ist die du in deiner Tasche hast wo du ganz einfach deine Coins, Kryptowährungen, Tokens, Stablecoins was es alles gibt lagern kannst. Sie unterstützen mittlerweile fast 7000 verschiedene Kryptowährungen und sehr sehr viele Blockchains. Für mich als Ledger Alternative definitiv das einfachste und flexibelste Hardware Wallet weil man es einfach dabei haben kann man kann es super den Leuten erklären und zeigen weil viele Leute fehlt bei Blockchain, Token, Coins ja auch der Bezug ich habe nichts in der Hand und dann sagst du hier dein Handy und diese Karte und schon hast du etwas in der Hand und auch bei dir. Denn nur wer die Karte hat der hat auch Zugriff zu deiner Wallet deswegen sehr sehr einfach und nun ist es möglich A0 hier drauf zu lagern. Hier die Ankündigung dazu Shelby hat es in allen Gruppen geteilt hier aus der LF0 Dachgruppe Tangem Update ist da aber direkter Hinweis Staking geht leider noch nicht aber ist ja auch bei Ledger der Fall. Also A0 Blockchain Support ist nun draußen. Heute morgen kam das Update ich habe mich sehr gefreut dass es nun da ist und wir können unsere A0 nun lagern und das ganze möchte ich euch hier in einem Video gerne zeigen. Was brauchst du dazu? Klar du brauchst A0 Coins und du brauchst ein Tangem Hardware Wallet das kannst du dir ganz einfach kaufen mit dem Code CryptoEule sparst du 10% schauen wir gerne gleich nochmal drauf nur als Hinweis direkt. Ja und was brauchst du noch? Du brauchst die Tangem App und natürlich eine Karte und die Wallet einrichten habe ich euch erklärt habe ich sogar in einem Short Video erklärt das ganze geht wirklich in zwei Minuten hast du eine Wallet ich zeige euch nun wie das ganze funktioniert mit dem neuen Update. Jetzt sind wir hier auf meinem Bildschirm und hier sehen wir ich habe ziemlich viel runter gezogen von der Wallet weil ich einfach sagte ich ziehe das ganze auf Nexo was bringt es mir wenn ich jetzt hier 200 Dollar in Bitcoin halte und bei Nexo kriege ich jeden Tag Zinsen drüber deswegen habe ich es hier nicht mehr liegen lassen. Ich habe noch ein paar Stablecoins hier liegen via Blockchains die habe ich aber gerade nicht angezeigt weil man muss nicht immer alles wissen. Ja dann möchten wir nachdem wir das neue Update heruntergeladen haben und natürlich auch eine Tangem Wallet installiert haben ganz einfach ihr seht hier ich habe drei Karten und habe hier einige Blockchains ausgewählt habe aber aktuell sehr wenig drauf wie gesagt hat einfach damit zu tun warum soll ich es aktuell hier auf einem Hardware Wallet mobil bei mir führen wenn ich es dann lieber auf einer Börse liegen habe wo ich da auch noch Zinsen auf meine Werte drauf bekomme. Im Bärenmarkt glaube ich kein schlechter Move ja jetzt wollen wir die LF0 Blockchain hinzufügen das ist recht einfach indem wir hier oben einfach A0 suchen und dann wird uns auch schon ganz schnell angezeigt LF0. Dann müssen wir einfach nur Main hinzufügen Änderung speichern dann muss man nochmal seine Karte schnell ran halten und auch noch seinen PIN eingeben und dann ganz einfach die Karte nochmal scannen und schon sind wir da dass wir LF0 hier haben. aktuell 0,88 Dollar das sehen wir hier und schon können wir hier ganz einfach hier bei dieser Wallet einzahlen aber hier ist es ganz wichtig alles unter 0,005 ASIO stehen wir hier unten im grauen Kasten das wird nicht durchgehen aber das ist natürlich sehr sehr gering. Jetzt können wir hier etwas einzahlen wir können den Token auch wieder verstecken indem wir hier oben rechts Hide Token eingeben aber nein wir möchten jetzt gerne etwas hinzufügen wir können auch hier auf die Transaktionshistorie dann wären wir zu Subscan direkt weitergeleitet sehr sehr gut eingebaut da sehen wir auf diese Adresse die ist jetzt gerade erstellt ist bei Subscan noch nicht hinterlegt das braucht ein bisschen etwas aber wenn dann wir jetzt was eingezahlt haben und vielleicht eine Stunde später dann sehen wir auch die Adresse im Subscan und können wunderbar nach vor allem was hier passiert ist wir kopieren jetzt einfach mal die Adresse und schicken diese via Telegram an den PC dann möchte ich ganz einfach was auf mein Token Hardware Wallet schicken dann gehe ich hier einfach auf meine Wallet die ist hinterlegt mit der Subwallet deswegen hier auch dieses Zeichen nicht wundern hier haben wir noch mein Ledger denken wir dran da habe ich einfach zwei ASIO Testzwecken eingezahlt ist auch nach wie vor so dann möchten wir etwas rüber senden dann müssen wir natürlich erstmal die Adresse hinzufügen die haben wir hier gespeichert das ist diese wird schon gefunden und dann möchten wir 5 ASIO rüber senden Make a Transfer und dann muss ich das mit meiner Wallet bestätigen diese öffnet sich in diesem Moment und ich drücke auf Unlock und drücke jetzt auf Approved wir schauen gleichzeitig auf die ASIO Wallet im Handy und dann schauen wir mal wie schnell das geht hier ist die Transaktion bestätigt und haben wir das hier schon ja da sind die 5 ASIO kurz aktualisiert und schon da sind sie das sind in diesem Fall 4,42 Dollar so einfach und so schnell geht das hier auf dieser LF0 Blockchain deswegen ganz easy ganz simpel und nun wie ihr seht habe ich hier meine LF0 auf dem Token Hardware Wallet gesichert und natürlich kann ich diese auch wieder auf einmal ist hier unten der Button absenden ganz einfach wieder versenden wie viel ASIO möchte ich versenden zwei Stück gebe hier oben die Adresse ein oder ich kann sogar einfach den QR Code hier scannen wenn ich einen hätte in diesem Fall also am PC zum Beispiel wieder zurück senden indem ich mir den QR Code ganz einfach anzeige simpel und einfach ganz ganz easy und wir haben ja bei der Token Wallet die Wallet Connect Funktion ja das haben wir hier oben indem wir Wallet Connect Funktion machen und dann können wir hier die verschiedenen QR Codes wieder scannen via Wallet und wenn das dann auch noch verfügbar ist bei solchen Wallets oder bei solchen Dexes wie Panorama Swap Andromeda Swap oder natürlich auch bei der NFT Plattform Art Zero oder bei Ink Rail dann können wir natürlich auch mit unserem Tangen ganz einfach interagieren also very very simpel und sehr sehr einfach muss man an dieser Stelle sagen ich habe euch gezeigt wie das Ganze funktioniert aber wie gesagt der erste Schritt ist dass man eine Tangen Hardware Wallet braucht und ja ich habe hier eine eingeschweißte die würde ich gerne verlosen das sind zwei Stück wie man hier auf dem Bild sehen kann könnt ihr gerne gewinnen indem ihr einfach unter dem Video einen Kommentar abgebt und hier ist es so es ist komplett egal was da steht ihr könnt einfach nur ASEO hinschreiben ihr könnt Tangen hinschreiben ihr könnt schreiben geil ihr könnt schreiben schönes Video ihr könnt eine Frage stellen jeder Kommentar unter diesem Video landet im Lost Top ich gebe diesem Gewinnspiel bis zum 13.08. Zeit ist noch etwas Zeit kommentiert das Ganze liked das Video und seid im Lost Top ganz einfach dabei teilt das Video auch gerne mit anderen die die Frage haben wie funktioniert das denn jetzt hier mit der Tangen Hardware Wallet das Ganze hier simpel und einfach erklärt und die Chance ein Tangen Hardware Wallet for free zu gewinnen das Einzige was ich brauche ist eure Adresse um das Ganze loszusenden am 13.08. um 20.30 Uhr ist unser Livestream die Kryptowochenschau sonntags da lose ich den Gewinner aus 13.08. bis dahin hat man Zeit hier im Gewinnspiel teilzunehmen wenn du sagst ich möchte nicht auf das Gewinnspiel warten sondern ich möchte mir jetzt sofort eine Tangen Hardware Wallet bestellen dann geht das natürlich und das auch noch mit einem 10%igen Rabatt schauen wir uns an Tangen Hardware Wallet sie haben ja ihre Webseite komplett aufgebessert sie haben das alles schick gemacht sie haben alles nochmal schön erklärt was sind die Vorteile von Tangen und auch wasser geschützt denken wir an das Thema wie aktuell sind viele Bitcoiner die sagen sie möchten eine Bootsfahrt machen aufgrund der Steuer und ihre Seeds verlieren also dass sie keine Steuern zahlen ist gerade eine sehr lustige Story ja und Tangen sagt selbst wenn das Ding ins Wasser fällt tauch runter und hol das Ding hoch und wenn du deine Seeds auf dem Papier hast ja dann nützt dir auch das beste Taucherausrüstung nichts die sind dann verwaschen im Wasser ja das sind die Vorteile von Tangen viele viele Vorteile gibt es genug Videos mit dazu und auch Aufzählungen hier bei Tangen selber du kannst aussuchen ob du zwei Karten oder drei Karten holst ich weiß dass viele Leute direkt zweimal zwei Pakete kaufen weil man kann drei Karten maximal als Backup haben wenn ich dann eine verliere kann ich sofort die vier weil ich ja vier gekauft habe direkt als Sicherheit schon wieder hinterlegen und habe wieder drei ohne dass ich mir jetzt ein Paket mit zwei kaufen muss und so weiter weiß ich dass das viele machen nur als Hinweis ihr spart wie gesagt 10% beim Kauf könnt ihr gerne mitnehmen das sieht dann so aus ihr gebt an wo ihr herkommt eure Adressen und so weiter und spart 10% mit dem Code Kryptoeule braucht den Code noch nicht mal eingeben einfach den Link als angepinnten Kommentar unter dem Video klicken dort gelangt ihr dahin und habt automatisch den Code mit drin wie gesagt zwei Karten oder drei Karten ich kenne auch Leute die sagen zwei Karten reichen mir komplett eine habe ich im Portemonnaie eine habe ich zu Hause liegen oder sogar im Safe dann bin ich sicher muss jeder selber wissen glaube aber mit drei Karten ist man schon direkt gut aufgestellt ich zum Beispiel fühle ich mich mit drei Karten sehr sehr sicher weil wenn eine wegkommt hat man immer noch die Hoheit weil man zwei Karten besitzt wie das ganze funktioniert ACO App installieren bei Tangem ACO drauf senden ganz ganz simpel mit der Subwallet wenn man das zum Beispiel am Handy hat ist es noch simpler weil man den Schritt nicht machen muss dass man die Adresse sich noch auf den PC schicken muss sondern kann das ganze ganz einfach am Handy Adresse kopieren einfügen rüber senden wunderbar viele viele Vorteile mit der Tangem App wie gesagt Wallet Connect Funktion denke ich mal wird nur eine Frage der Zeit sein bis es die Seiten einfügen weil die Tangem App hat es ja schon also Wallet Connect Funktion wird sicher kommen und dann kann man auch von seiner Tangem Hardware Wallet NFTs aber auch natürlich DeFi und weiteres betreiben und ich denke auch nur eine Frage der Zeit das weitere Token bei der LF0 Wallet in der Tangem App hinzugefügt werden aber denken wir dran man kann sich schon auf diese Wallet senden ganz einfach und sie sich dann wenn Wallet Connect funktioniert ganz einfach anzeigen lassen wenn man sich dann mit der DEX zum Beispiel verbindet es geht alles schon aber nützt erstmal nur ACO aktuell der Nachteil genau wie bei Ledger Staking ist noch nicht verfügbar aber auch hier wieder nur eine Frage der Zeit bis das ganze integriert wird und natürlich auch optimiert wird dass das ganze funktioniert ich glaube das wird nicht mehr lange dauern in diesem Sinne denkt an das Gewinnspiel kommentiert gerne gibt dem Video gerne einen Daumen hoch teilt es gerne mit anderen die das gerne sehen sollten oder die die Frage haben wie funktioniert das ist hier in diesem Video beantwortet weitere Fragen gerne unter dem Video kommentieren ich beantworte natürlich sehr gerne in diesem Sinne danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal